ich habe mein barbecue vergessen der muss natürlich auch noch verarbeitet werden der schubel brennt ja schon schnell mal was essen ich glaube ich muss echt noch mal gleich noch mal jagen als nächstes aber vorher noch muss ich meinen das ist so ärgerliche wissen doch ja wie vermodert ich wollte dass sie abgebaut haben vergessen wenn man sie jetzt gut dann gut ich haue jetzt zwei spiegel fertig ist die laube dann müssen die magneten leicht versetzte türen so erstmal treppe weiter bauen hallo freunde hallo kann die beiden seid ihr auch schon wieder alle da habt ihr ausgestritte schlafen dann ist ja alles klar wir bräuchten insgesamt 24 ja dann muss ich noch mal aber ich wollte eigentlich noch mehr holz hacken wenn hier mehr holz ist dann mehr freu mich ich möchte nicht so weit wie weit rein gehen zum holz hacken schisser ja da habt ihr recht und deswegen gehe ich ganz gleich schisserig auf die jagd nach lizards auch eigentlich alles was mit so vom spiel läuft und wenn es frisch ist dann scheißegal und selbst kann die wahl kann man essen ja das ist natürlich die einzige stelle die ich jetzt hier nicht so funktioniert hatte mit dem wand abschließen aber ansonsten ich glaube das hier nachher auch weiter wenn ich das nachher die treppe fertig habe den bauch schon höher aber erstmal ist es ok so weit so und jetzt auf die jagd auf die jagd auf die jagd ausdauer einsparen und hoffen wir mal dass wir hier nicht der jagd werden die jagd auf 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 die ja wiederher die du noch nicht Lizzards, Hasen, Hirsche, all das wird jetzt gejagt. Vielleicht bin ich mit meiner Base so einigermaßen zufrieden und dann glaube ich gehe ich mal wieder in eine Cave rein. Vorher nicht, denke ich mal, weil ich sehe aber, dass ich andere Dinge zu tun habe. Grasbeschuld die Jagd. Hier dagegen ist es zweideutige Gegend hier, weil hier treiben sie auch jede Menge Kannibalen drum. Aber eben halt auch normalerweise jede Menge Dinge, die ich so brauche. Und jetzt haben die mich mal Totemsaufgaben. Ah. Ich habe ja mal große Lust durch so ein Kannibalen Dorf zu gehen, ja, tatsächlich. Und dann einfach mal... Das heißt aber auch, hier muss der eins, was er in der Nähe ist, finden. Nicht irgendwas im Arsch. Da wird zu mir fällt auch gerade nicht so eins ein. Nein. Ich meine... Das Hauptdorf ist straight back. Und da hinten ist eins, das ist sehr nah dran. Und im Normalfall war es ja immer so, wenn du irgendwie... Wenn man sich eine Base ausgesucht hatte, dann waren die Kannibalen noch überall. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich mich von scheiß Hasen erschrocken. Ich glaube es nicht. Ich glaube hier oben auf der Anhöhe war noch mal ein Dorf. Glaube ich jetzt. Oh, guck mal da unten ist was. Das kann ich noch nicht. Und das noch mehr. Und Stoff dabei. Das ist sogar... Ich brauche Stoff. Ah, die Inka ist hier. Und Dattelt beim Zuckuck. Nein. Zuguck beim Datteln. So. So. Da oben. Ich will da oben nix gehen. Glaube ich tatsächlich. Weil... Ich weiß, dass in einem anderen Dorf eigentlich nix ist. Das soll nicht. Das darf sie nicht machen. Inka. Unser Punkt. Darf nicht mit Schwanzzwiegeln. Hat sie Schwanzwiegeln verbraucht? Sonst wird sie kopiert. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht. Freunde, die weiß nicht, wo sie ihre Nikolaussachen verstecken sollten. Was? Was? Äh. In meinen Schrank. Oh. Wo sind die Nikolaus geschenkt, liebe Freunde? Morgen ist Nikolaus. So. Ähm. Normalerweise ist es immer sehr, sehr gut, wenn irgendwie so ein Tümpel in unserer Nähe ist. Wo man sich ja mal verpieseln kann, wenn da Kannibalen kommen. Da sind sie auch schon. Das muss einfach klappen jetzt. Aber. Was ist der Film da? Was? Es war im Hintergrund. Na, nicht. Was war im Hintergrund. Was war die Doktor? Was ist passiert? Was war im Hintergrund? Was ist das denn hier? Meine Fresse ist ja schön hier. Er ist down. Oh fuck! Da geht noch eine Patrouille längs, Alter. So, jetzt ist es so. Damals sind die mit Vorlieb ins Wasser gesprungen. Und jetzt machen wir das natürlich nicht mehr, ne? Da sind wir so gerne ersoffen. Scheiße, ich steck in der Klemme. Geil, das ist ein Spermwasser. 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 Ne? Geil, das ist ein Spermwasser. Koffer, alles drum und dran. Und da taucht aber wieder Fummeltosten rum. Okay, er verpisst sich da mal. Gott, okay, das ist nur einer. Ich habe auch nichts gegen ihn, also mir Platz zu machen. Wie ihr bekanntlich wisst, ist es ja nicht so mitgestochen. Vier Federn, ich brauche sechs, glaube ich, um einmal herzustellen. Da liegen jetzt vier Kanniballeichen oder so. Und ich will die Knochen. Und Koffer, also mit Fummeltosten, aber legt man sich nicht so etwas an. Habe ich noch eine andere Stelle gesammelt. Das geht einfach nur langsam, ey. Langsam trottet immer hin. Da, dann genauso langsam. Ich will den Koffer. Ich habe keinen Boeing. Ah, da genau so wie das ist, dass wir bieten den Koffer. Ja, das kann man sich nicht so etwas делать. Aber es kann man sich nicht so etwas benutzen. Ich muss ihnen die Koffer und das Lamen produzieren. Ich muss die Koffer eine Koffer noch etwas an. step-by-step machen halt, du bist kröken, du verbrennend, der blöde Arsch, ey, deswegen war ich ja nicht hier, weil ich jagen wollte. Oh, er kommt auch nur um in der Richtung, der Penne, Alter, ist ja auch jetzt total nötig. Was ist denn da, ne? Komm, 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 Okay, ich hab den Mega genommen. Okay, ich hab den Mega genommen. Okay, ich hab den Z. Oh, was das? Oh, wait, wait, wait. Der Torsten einmal ausholt, Alter. Hatte ich nicht, ich habe eine Rüstung verloren jetzt, oder? Nix an. Geh doch mal. Ach, Mann. Das ist so. Das ist so. Lauf doch nicht weg. Das ist so. Lauf doch nicht weg. Das ist so. Das ist wieder davon gemacht. Das Torsten weg. Ein Glück. Oh. Oh. Wäre geil, wenn man einen Bonusknochen kriegen würde, weil er noch einen Arm aufhoben hat. Ja, du hast auch noch einen Bonusknochen. so jetzt habe ich aber die ganze einheit hier vernichtet verdammt ich wollte hier noch unbedingt eigentlich befordert hast ja nicht die koffer auseinander haben so viele patrouillen die passen auf das in jemanden klaut wie lange dauert das hier was passiert Das kann ich nicht tanzen ohne dass irgendwas passiert. Wo ich fülle denn? Oh. Wo sind die Knochen? Wir haben das schon wieder gelegt. Wie ist das? Das ist noch nicht so. Oh, das ist ein kobber. Das ist ein kobber. Oh, das ist ein kobber. so ich glaube ich für die rückreiseabhängung ein energy drink benötigen er kommt wieder ja 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 meine formel trotz der nähe ist muss auch schon alles ein bisschen flotter gehen oder das ist das mega gelohnt weil die folge muss ich ja mal so sagen also anmerken so weit weg Jetzt hol sie wirklich die Kavallerie. Ich dachte nur noch eine, gibt es eigentlich auch schon neue Master, also neue Mutanten, aber jetzt haben wir eben ganz kurz aus der Ferne nochmal einen Fettarsch-Peter gesehen, Fummeltorsten und Dusendörte. Okay. Boah. Geschafft. Ich versteck mich jetzt mal hier. Und weinen lassen wir runter. Freunde, das war wieder mehr als aufregend. Ich versteck mich. Ich versteck mich jetzt. Ich versteck mich jetzt. Ich gucke mich jetzt mal an. Alter, geht aus der Tür und verzehr mal. Uiuiui. So, Freunde. Wir machen morgen weiter. Ich hoffe, euch hat diese Folge sehr, sehr gut gefallen. Also mir hat es echt gut gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Und ja, ich visite immer an, wo man die Klappe sagt. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. 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 Bis dahin.